Dann haben wir einen Secco von euch. Den Hutmacher. Den Hutmacher Secco, richtig. Erzähl uns mal was zum Secco. Ich schenke jetzt mal einen Hutmacher Secco. Gibt es bei uns im Programm auch noch nicht so lange. Jetzt erst seit zwei Jahrgängen. Das ist ein Cuvée aus Riesling, Sauvignon Blanc und Muscatella. Gelber Muscatella. Er ist irgendwie auch aus der Laune rausgeboren. Auch die Rebsorten-Zusammenstellung. Wir haben uns direkt gedacht, wir mögen das nicht zu süß. Wir haben keinen Bock auf dieses ganz Süße, was manchmal so ein Secco mitbringt. Also was machen wir? Lassen wir uns doch vielleicht Aromarebsorten nehmen. Jetzt wie einen gelben Muscatella. Und dass schon diese Frucht krass rauskommt. Aber wir brauchen auch ein bisschen, wir sind hier im Rheingau. Und wir brauchen ein bisschen die Säure und dann haben wir gesagt, da brauchen wir auch einen Riesling. Und so ist das halt entstanden und das ist dabei rausgekommen im Prinzip. Und ja, also wir bewegen uns hier bei 15 Gramm Restzucker, wenn man das so sagen darf. Also nicht zu trocken und auch nicht zu süß. Also es ist nicht süß, es ist trotzdem noch herbst, kräftig. Und ich finde, man riecht wunderbar diesen gelben Muscatella mit raus. Das ist irgendwie so. Man hat aber halt den Riesling im Mund. Absolut. Ja, hinten raus halt die Säure, merkt man nochmal. Ja, das ist auch reich krassige Säure, die dann noch kommt. Genau, und diese Spritzige dazu dann halt. Und das macht schon Spaß. Sehr geil. Was hat es mit dem Hutmacher auf sich? Na ja, mein Bruder und ich, wir sind schon fast im Rheingau berühmt, dass wir immer mit Hut rumlaufen. Heute mit Kappe. Beim Arbeiten meistens mit Mütze. Also irgendwas haben wir immer auf dem Kopf. Und ja, oft auch ein Hut. Und da wollten wir den Seko ein bisschen abkapseln vom ganzen anderen Sortiment und haben gesagt, komm, wir machen da was Neues, Verrücktes. Und ja, so ist der Hutmacher entstanden. Ein bisschen Alice im Wunderland, sehr besonders und sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Etikett hat übrigens unser Tätowierer gemalt. Also von daher hat es auch noch ein bisschen was Persönliches.